Im Herbst 74 verbringt Khan 16 Tage in einem streng geheimen Kernkraftwerk. Ungestört kann er ausgiebige Notizen machen. Diese Notizen und Zeichnungen gelangen nach Pakistan. Doch langsam werden die Holländer misstrauisch. Als sie Khan verhaften wollen, stoppt sie die CIA. Die lassen ihn beschatten, um seine Verbündeten zu finden. Im Dezember 1975 flieht Khan nach Pakistan. Im Gepäck hat er Kopien streng geheimer Entwürfe und Kontaktdaten von fast 100 Zulieferern von Atomwaffenbauteilen. Die nächsten zehn Jahre wird Pakistan hinter den Mauern dieser Anlage in Kahuta an der Entwicklung einer Atombombe arbeiten. Und sie bekommen Hilfe. China wird Pakistan tatkräftig unterstützen. Chinas Staatsoberhaupt Deng Xiaoping will sich mit Pakistan gegen den gemeinsamen Feind Indien verbünden. 1998 testet Pakistan mit Chinas Hilfe seine erste Atombombe. Und wird so zum Mitglied im Club der Atommächte. Aber China hilft nicht nur Pakistan. Deng Xiaoping beginnt mit der systematischen Verbreitung von Atomtechnologie in muslimische und kommunistische Länder. Geheime Reaktoren gingen nach Algerien, Raketen nach Saudi-Arabien und verschiedene Technologien nach Nordkorea. Thomas Reed unterstellt Deng Xiaoping einen Hintergedanken. Warum? Wieso befordert er alles nach Nordkorea? Und bewaffnet Algerien? Warum schickt er das Zeug überall hin? Meiner Meinung nach wollte Deng Xiaoping seine Macht demonstrieren. Schon bald würde es bei der rasanten Verbreitung von Atomwaffen keine nukleare Explosion auf der Welt geben, die nicht mit China in Verbindung gebracht werden könnte. Die Chinesen wären so allen überlegen. Die Angst vor einem Atomkrieg hat dies bislang verhindert. Dabei standen wir schon einmal kurz davor. Und keiner hat es geahnt. Am 15. Oktober 1962 entdecken die Amerikaner anhand von Luftbildern den Bau sowjetischer Raketenabschussrampen auf Kuba. Und später die ersten aufgestellten Raketen. Präsident John F. Kennedy fordert Khrushchev zum Entfernen der Raketen auf Kuba auf. Doch weitere sind auf dem Weg. Die USA starten eine Seeblockade aus Kriegsschiffen, um ihr Eintreffen zu verhindern. Die Krise spitzt sich zu. Aber Amerika hatte noch einen Mann in Moskau. Eine unserer Quellen zu der Zeit war Oberst Oleg Penkovsky. Der hatte eine sehr enge Beziehung zu hochrangigen sowjetischen Militärs. Und er war es, soweit ich weiß, der Informationen an das Weiße Haus weitergegeben hat. Das konnte dann handeln. Penkovsky verrät Washington, wie viele Raketen die Sowjets besitzen. Und er kennt die Schwachstellen ihres Raketenlängssystems. Seine Informationen belegen, dass die Sowjets nicht so stark sind, wie es auf den ersten Blick erscheint. Kennedy hat so den Mut, Khrushchev die Stirn zu bieten. Doch die Staatsoberhäupter kennen nicht jeden Aspekt der Krise. Ein Teil der Geschichte wird erst 2002 bekannt. Die U-Boote zum Schutz der sowjetischen Schiffe waren mit Atomsprengköpfen ausgestattet und damit zur Verteidigung autorisiert. Da war ein Schiff hinter dem anderen. Die Frachter mit den Raketen an Bord wurden von U-Booten begleitet, die mit Kernwaffen bestückt waren. Und ihnen folgten heimlich still und leise US-U-Boote, ebenfalls ausgerüstet mit Atomwaffen. Und alle Kapitäne waren in Alarmbereitschaft. Es war äußerst brenzlig. Die sowjetischen U-Boote hatten einen Schießbefehl, falls sie angegriffen oder an die Wasseroberfläche gezwungen wurden. Und genau dieses Szenario schien sich im entscheidenden Moment zu bewahrheiten. Denn US-Streitkräfte fangen an, kleine Unterwasserbomben über sowjetischen U-Booten abzuwerfen. Das U-Boot B-59 ist eins davon. Der Luftangriff dauert mehrere Stunden. Der Sauerstoff wird bei fast 50 Grad knapp. Matrosen werden ohnmächtig. Der sowjetische Kommandeur lässt die Atomsprengköpfe in Stellung bringen. Die sowjetischen Offiziere erwähnten ernsthaft, einen ihrer nuklearen Torpedos abzufeuern. Das hätte einen Atomkrieg zur Folge haben können. Aber der B-59 Kommandeur rudert zurück und lässt sein U-Boot für eine Durchsuchung auftauchen. Es folgt eine Nacht der Geheimdiplomatie. Raketenabzug gegen Invasionsverzicht. Dann war die Krise beendet. In den nächsten zwei Jahrzehnten wird das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion seinen Höhepunkt erreichen. Doch dann ändert sich alles. Die Sowjetunion droht auseinanderzubrechen. Die gefährlichen Reaktoranlagen und Einzelteile könnten in falsche Hände geraten. Mit verheerenden Folgen. Plötzlich war dieses Material überall verstreut. Und die Aufzeichnungen ungenau. Wir mussten den Ländern der ehemaligen Sowjetunion helfen, die enorme Menge nuklearen Materials zu sichern. 1993 geht das Gerücht um, dass in der Stadt Ulbay in Kasachstan knapp 590 Kilo Uran in ungesicherten Einrichtungen lagerte. Genug, um mehr als 25 Atombomben zu bauen. Der Präsident von Kasachstan und Präsident Clinton rufen Projekt SAFIR ins Leben. Unter strenger Geheimhaltung fliegen Experten des amerikanischen Energieministeriums nach Kasachstan, um das spaltbare Material in die Vereinigten Staaten zu transportieren. Doch vermutlich erreicht nicht das ganze Uran Amerika. Zwei Jahre nachdem der Einsatz bekannt wurde, berichtet die Washington Times, dass ca. 54 Kilo der Ladung fehlen. Sie wissen also, wo sich 99,9 Prozent davon befinden. Das ist schön. Aber 0,1 Prozent von mehreren Tonnen reicht immer noch für Dutzende Atomwaffen. Ende der 90er Jahre könnte das ein sehr großes Problem sein. Denn Uran, Atomwaffenzubehör und Technik sind auf den Schwarzmärkten der Welt heiß bekehrt. Und der Erfinder der islamischen Bombe, Abdul Qadir Khan, spielt eine zentrale Rolle. Khan kehrt 1975 triumphierend nach Pakistan zurück. Mitte der 80er Jahre haben er und seine Partner Millionen mit dem Handel von Teilen und Bauplänen für Atomwaffen verdient. Er hat eine Art nuklearen Supermarkt eröffnet, wo er sämtliche Atomtechnologie für jene Länder bereitstellte, die sie in den Augen der USA am wenigsten besitzen sollten, wie Libyen, Iran und Nordkorea. Khans Netzwerk umfasst Forscher, Ingenieure und Beamte, die bereit sind, Staatsgeheimnisse an den Höchstbietenden zu verkaufen. Aber es geht nicht nur um Geld. Für einige Beobachter besteht kein Zweifel. Das islamische Pakistan hilft seinen Glaubensbrüdern, auch Feinden Amerikas. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird bekannt, dass sich zwei von Khans Atomforschern mit Al-Qaida-Anführern getroffen hatten. Die pakistanischen Forscher hatten versucht, nukleares Material für Al-Qaida von Russland nach Zentralasien zu schmuggeln. Es gab sogar Berichte, dass Khan selbst im April 2003 nach Afghanistan reiste, um Osama Bin Laden zu treffen. Agenten hatten Khan seit 20 Jahren verfolgt. Es ist wirklich traurig, dass US-Geheimdienste schon so lange wussten, was er tat, sie aber ihren Leuten nicht nahe legten, ihn zu verhaften oder sogar zu erschießen. Doch das soll sich ändern. Im Oktober 2003 wird ein deutscher Frachter unterwegs im Auftrag Libyens vom US-Geheimdienst abgefangen. Er hat Elemente für die Urananreicherung an Bord, Teil eines kompletten Atomwaffenprogramms, das Khan an Libyen verkauft hat. Auf internationalen Druck lässt Pakistan Khan verhaften. Er gibt zu, Kerntechnologie verkauft zu haben. Nicht nur an Libyen, sondern auch an den Iran und Nordkorea. Die pakistanische Regierung leugnet von Khans Aktivitäten gewusst zu haben. Präsident George Bush akzeptiert offiziell die Erklärung von Präsident Musharraf, seinem Partner im Krieg gegen die Taliban. Khan entschuldigt sich öffentlich. Die Festnahme von Khan und sein Geständnis sind großes Kino. Er wurde ganz klar zum Sündenbock. Das pakistanische Militär, die Industrie, Labore, Wissenschaftler, alle waren an der Sache beteiligt. So muss die pakistanische Militärregierung nicht zugeben, dass sie möglicherweise doch etwas mit dem dubiosen Kernwaffenhandel zu tun hatte. Sei es aus ideologischen oder finanziellen Gründen. Amerikas wichtigster Antiterrorpartner könnte also die islamistischen Terroristen unterstützt haben. Kahn steht derweil in seinem Palast unter Hausarrest. 2009 wird Khan begnadigt. Aber der Schaden ist irreparabel. Einige der gefährlichsten Regime haben vermutlich bereits ihre Atomprogramme. Bei anderen Ländern ist es nur eine Frage der Zeit. Durch Regierungen, deren Verbündete und Spione wurden die Geheimnisse der Atombombe auf der ganzen Welt verbreitet. Seit 70 Jahren leben wir mit dem Schreckgespenst der nuklearen Zerstörung.